Mache ich ein paar Yoga-Kreisen, eigentlich nur zwei, eines für die Leiste, anders für den Hintern. Die Übung heißt auf, im Yoga-Kreisen ist es der Frosch. Und dann müsste es auch nach hinten. Und dann dehnt das übel in die Leiste rein. In Yoga Half Pigeon, also die halbe Taube, glaube ich. Jeder, der mich eigentlich spielen sieht, sagt immer, du siehst so hüftsteif aus. Stimmt eigentlich auch, aber es ist schon besser geworden. Und das halte ich dann auch zwei Minuten, aber der zieht richtig rein. The third wing is a relatively stiff airfoil. Bats have a whole hand in their wing, and that allows them to change the conformation and shape of the wing with incredible...